Ein spektakulärer Hubschraubereinsatz fand am Freitagmorgen in Rangwald-Brederis statt. Bei der Sanierung einer Pogivosi-Wohnanlage mussten 35 Meter lange Rohre für eine Solaranlage über das Dach eines zehnstöckigen Gebäudes in einen bestehenden Kamin eingeführt werden. Das ist ein bestehendes Kamin, da wurden Solarleitungen eingezogen mit 35 Metern Länge, zehn Stockwerke hohe Häuser und es gibt keine andere Möglichkeit, wie mit einem Hubschrauber das einzubringen. Weil telegrammäßig über 70 Meter ist viel zu teuer und das war die ideale Lösung. Mit einem Hubschrauber der Firma Wucher wurden die Rohre zentimetergenau in die dafür vorgesehenen Öffnungen eingebracht und im Gebäudeinneren versenkt. Auch für die ausführende Installationsfirma Wucher & Müller keine alltägliche Aktion. Wir haben den Zuschlag bekommen, einige Nächte studiert, was machen wir, wie bringen wir diese Rohre hinein und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das mit diesem Luxe-System hinkriegen. Und hat auch super geklappt. Beim Aufziehen waren immer die Schwierigkeiten, knicken sie ab oder wie geht's. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Für die Hubschrauberbesatzung war weniger die Länge der Rohre, als vielmehr die Umgebung und die Art, wie die Rohre abgesetzt werden mussten, eine Herausforderung. Für uns, für das Hubschrauber- und Heli-Team ist die Umgebung etwas Außergewöhnliches. Ansonsten ist es für uns eigentlich Routine, auch diese Länge vom Gehänge und von den Rohren selber, die 35 Meter, ist nicht so außergewöhnlich. Da kann man immer wieder einmal in diese Längengrenzen. Zur Koordination und damit die Rohre auch wirklich so gezielt abgesetzt werden konnten, bedurfte es einer eingespielten Crew und dem gewissen Augenmaß. Ja, zum einen hat man ja einen Flughälfer oben, der über Funk einweist. Und das andere ist einfach, dass der Pilot ein kleiner Wilhelm Tell sein muss und einfach treffen muss. Und das andere ist einfach, dass der Pilot ein kleiner Wilhelm Tell sein muss.